Musik Scholem Aleichem. Heute wollen wir reden wegen einem von der jüdischsten jüdischen Müller, Janke Adler. Janke Adler ist geboren geworden in Lodz in 1895. Er stammt von einem hohen Rehm und sie bewundern von wann es nimmt sich zu ihm als ein feiner Geschmack, als ein tiefgefühl für die Koloristik und als eine große Harmonigkeit. Zu seinen zehn Jahren fuhr die Mischpucher rüber kein Barmen in Deutschland zu suchen dort neue Gliegen. Dem jüdischen Janke hat den Barmen beämes aufgeglägt. Er reibt uns zu lernen in der Dekorativer Schule beim Professor Wiedhichter, welcher nehmt die Maran in sein Klaas. Noch ein bisschen von der Erste Weltmalchum muss Adler verlassen Deutschland und kert sich ihm kein Lodz. Er ist nicht nur gewähna Müller. Er hat liebgeht zu theoretisieren und geschrieben jüdische Lieder. Aber wie auch sein Kumir, Marc Chagall, wo es hat geahd auf Adlers Schaffung eine gewisse Aschpue. In jenen Jahren ist in Lodz anstannen eine negenartige Gruppe Künstler, wo es hat sich anumen gegeben, jung Jüdisch. Die Gruppe hat repräsentiert alle radikale Strömungen zwischen den neuen Künstlern. Noch in Lodzscher-Period kommt ein zwei Jüriker überreiß in seine Schaffung, weil Adler fuhr darüber in Belgrad, wo er nehmt nun die Arbeit in einem königlichen Warrstatt wie ein Gravierer und Stempelmacher. In 1921 geht uns sein Kontrakt und Adler fuhr darüber in Deutschland, in Düsseldorf. Auf jenem Periode fallte es sein Ewebli. Die Kollieren von seinen Bildern treten etwas auf mit Teufels die konstruktiven Elementen. In der Dämmelte Kermulerei bemüht sich Adler zu schaffen auf große Flachen. In die Unibdrasiker ebt der Antisemitizm und von Deutschland zum Parziv und der Stiegt jede Freie Schaffung befreit von Neidischen Müller. In 1923 muss Adler verlos in Deutschland und durch Paris kehrt er sich im Kempöel. Aber auch dort büschewitt die polische Reaktie. Er beteiligt sich in einem Weltkongress von der jüdischen Kultur in 1937 und in 2040 noch ein Ausbruch von der Zweiter Weltmelküme verschreibt er sich in der polische Divisie, wo es sich organisiert in Frankreich. Er macht durch den schweren Geurl von der Soldaten bis er demobilisiert sich in London. Dort verbleibt er schon ein bisschen teut. Es ist selten zu treffen noch als ein modernes Künstler wie Adler, wegen welchem wir wohlgekont sagen, Asanmolerei ist die reinste Transkriptie von dem jüdischen Luschen. Am 28. April 1949 in London ist Ihr Ankel Adler gestorben. Am 28. April 2019